Musik Deswegen wird ab sofort der Big Mac Mac Pocher heißen, ein Big Pocher. Das ist auch eine riesen Aufgabe, natürlich so ein Weltunternehmen zu führen. Ihr wollt bei Mac Pochers für Qualität zahlen. Aber wenn ich in Zeiten der Not und der Krise gebeten werde, Schweinegeld zu verdienen, dann bin ich natürlich sofort da. Ich glaube, ihr habt es gesehen, dass ich echt ein sympathischer Typ geblieben bin. Ich bin einer aus dem Volk, der weiß, wo er herkommt. Möchte jemand die Brommerkampen schießen? Und wirklich jemand ist, der auf dem Boden geblieben ist, trotz meiner Milliarden, die ich mittlerweile verdient habe. Ich finde, Big Pocher und Mac Pocher sind schon zwei hervorragende Produkte, die wir auf den Markt gebracht haben. Und alleine der Ansturm hier in diesem Laden beweist, dass die Philosophie mehr als aufgegangen ist. Natürlich könnte ich mich an den Job gewöhnen, nur an die Arbeit halt nicht. Also jobtechnisch finde ich das hervorragend, nur den Arbeitsaufwand würde ich deutlich minimieren für mich. Und zwar gehen null. Ich habe gesagt, 50 Euro, nicht 5 Euro. Es hat sich jetzt ein bisschen was geändert hier. Also, toller Topstar. Man hat es gesehen, wie er vorgefahren ist. Die Leute sind begeistert und unter anderem auch ein McDonalds-Fan. Also auf jeden Fall, war ein toller Event. Eins, zwei, cha, cha, cha. und zwar